Das war's für heute, dass wir heute wieder an den letzten Speicherpunkt zurückgesetzt werden. Sämtlicher Fortschritt dementsprechend auch ver- Da ist, ähm... So, also, mit L2 nehme ich diesen Schallmodulator heraus. Ich will ihn jetzt allerdings nicht aus Versehen verwenden. Auch im letzten Stream habe ich das Ding wieder aus Versehen verwendet, ja. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Auch das ist jetzt vielleicht Fehlerplatz gewesen. Aber ist egal. Ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Ja. Wenn man leider immer wieder so nach einer Woche nicht spielen checken muss, wie war die Steuerung und so weiter und so fort, dann passiert das halt. Was haben wir denn hier? Wer bist du? Also wer ich bin, weiß ich, aber wer bist du? Egal. Wir sind auf jeden Fall... Immer noch im Scare-Hotel. Wir befinden uns dann jetzt im zweiten Stockwerk, wo wir auch hinwollen. Äh, wo wir letztendlich, äh, final hinwollen, ist der Dachboden, scheinbar. Beziehungsweise es sollte, glaube ich, sogar schon dieser Stock hier sein. Irgendwo hier muss unsere Geliebte gefangen sein, deren Namen ich leider vergessen habe. Aber irgendwo wird demnächst wieder ein Telefon klingeln. Da werden wir das dann... ...wieder wissen, wie sie heißt. So. Ein maximales Loch in der Decke hier. Moment mal, kann man da was sehen? Nein. Egal. Auch hier wieder ein kleines bisschen umgucken, natürlich, wie wir das vom Spiel gewöhnt sind. Steht irgendwo ein Fläschchen rum mit einem tollen Getrank. Da muss ich jetzt sogar mal gucken, habe ich jetzt... Ja, ja, ich habe jetzt natürlich das Einzige getrunken, was ich hatte. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir vielleicht nicht gleich wieder in Konflikt geraten. Ich weiß jetzt nicht, wie Onkelchen drauf ist, der jetzt hier oben rumschwirrt und uns den Schlüssel ja von der Nase weggeklaut hat. Äh, ob der so eine Art Endboss ist, ob wir gegen den irgendwas tun können, oder ob wir uns vor dem auch bloß verstecken müssen. Elisabeths Pläne für das Gegenlied, das Gegenlied gegen das Lied, das alle verrückt machen sollen, wahrscheinlich. Meine Weigerung zu singen, hat mein Vater zwar frustriert, aber mehr als eine Verzögerung seiner Pläne ist damit auch nicht erreicht. Jetzt ist er damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie er die Ausnahme vom Gesang, die Aufnahme, Entschuldigung, die Aufnahme vom Gesang der Kreatur mit einer seiner Gerätschaften abspielen kann. Okay, das Problem, wir haben sie offensichtlich nicht gefixt mit dem Update, dass das hier so überaus empfindlich ist. Egal, es muss die Möglichkeit geben, den Gesang entgegenzuwirken, seine Wirkung abzuschwächen oder ganz aufzuheben. Eine Melodie oder ein Lied als Gegenmittel dazu, sozusagen ein Gegenlied. Ich werde Hilfe dafür benötigen. Doch wie soll ich... Wie soll ich vorgehen? Ich kann nicht riskieren, das schreckliche Lied in die Außenwelt zu tragen. Vielleicht könnte ich es ja in mehrere Teile aufteilen, wie es auch Vater bei seinen Aufnahmentat gemacht hat. Jetzt habe ich gemutmaßt, wie der Satz enden könnte. Egal. Und dann vier verschiedene Komponisten damit beauftragen. Nur wen soll ich darum bitten? Natürlich mein geliebter Thomas. Das bin ich, also er, der Charakter. Aber wen sonst? Also es muss außer uns noch jemanden geben. Also wir sind Thomas Evans. Dann ist da Mathilda Norton, Arthur Morris und Henry Huges. Ja, ich weiß, ich habe das Spiel schon eine ganze Weile gespielt. Die Namen Henry Huges und Arthur Morris meine ich, sagen mir was. Mathilda Norton bin ich mir jetzt nicht so wirklich sicher. Ja, es ist natürlich davon auszugehen, dass die wahrscheinlich verrückt geworden sind inzwischen. Und hier rumlaufen und uns ans Leder wollen. Oder auch nicht. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall diese Aufzeichnung. Wir sind jetzt hier. Ich sollte vielleicht mal jene Tür durchschreiten. Aber vorher... Warte mal, was ist das? Das ist gar nichts. Okay, sehr schön. Vorher gehe ich mal... Also jetzt gehe ich mal durch diese Tür. Hier ist mal nichts. Zumindest mal augenscheinlich erstmal. Auf den ersten Blick nichts. Okay, also... Ein relativ sinnfreier Raum. Es sei denn, man könnte dieses Bild... Nein. Okay. Flasche, Handtuch, irgendwas nehmen. Nichts. Klospülung betätigen. Wasser aufdrehen. Wie bei Layers of Year 2. Auch nicht. Alles klar. Dann ist dieser Raum jetzt auch mal erledigt. Alles klar. Die Musik ist jetzt auch... Deutlich unangenehmer, sage ich jetzt mal. Den Knopf hier können wir nicht benutzen. Ist, glaube ich, erst so, seit wir hier in diesem zweiten OG sind. Unter anderem, weil hier auch Onkelchen rumschleicht. Den wir natürlich, wenn es geht, nicht begegnen wollen. Denn der scheint auch relativ... Ich sage jetzt mal gut gebaut zu sein. Die Hand war auf jeden Fall nicht unbedingt normal. Egal. So. Jene Tür nehmen wir jetzt. Geradeaus. Und dann rechts und dann gleich wieder links in die Tür. Probieren wir mal. Einfach auch erstmal... Systematisch... Jede... Jede Tür öffnen, um zu gucken, was sich dahinter befindet. Diese Tür steht sogar schon offen. Okay. Da scheint auch so eine Spieluhr rumzustehen. So eine Puppe. Wir sehen das aber gleich. Und warum ist da ein solches Lichtlein an? Vermutlich genau darum, um dieses Ding zu beleuchten. Wenn ich das jetzt wegnehme, ist der Schatten weg. Dann wird bestimmt irgendwas aktiviert. Nö. Ich... So genau ist das Spiel dann auch nicht. Sehr schön. Okay. Also ein bisschen mulmig ist ja schon, ne? Also Atmosphäre haben sie auf alle Fälle ganz gut drauf, die Programmierer, ne? Das war ja auch in Don't Knock Twice schon der Fall. Da war die Atmosphäre auch sehr gut. Zumindest mal in der VR-Version. Ich habe ja nur die VR-Version gespielt. Laut Tests, die ich gelesen habe, war das VR auch so ziemlich das Einzige, was das Spiel interessant gemacht hat. Und ich würde es auch nicht ohne VR spielen wollen. Ich glaube, da macht es relativ wenig Sinn. Aber in VR war es schon sehr, sehr gut. Auch das hier würde mir in VR Spaß machen, denke ich. Würde sich auf jeden Fall... Würde sich auf jeden Fall ganz gut dafür eignen. Allerdings... Gibt es das halt nicht. So. Ich werfe immer, immer wieder. Und ich bitte das zu entschuldigen. Ich werfe immer wieder einen Blick in die Karte. Ich will immer wissen, wann ich wo bin. Ich sollte jetzt natürlich auch möglichst... Gut, ich weiß, da oben links, da ist jetzt wieder... Da ist mein Speicherplatz. Also ich sollte auch hin und wieder mal manuell speichern. Denn automatisch macht das das Spiel nicht. Was dazu führen kann, dass wenn ich irgendwie erwischt werde... ...mein Leben verliere... ...in diesem Spiel... ...am... ...letzten manuellen... ...am letzten manuellen Speicherpunkt... ...quasi wieder anfangen muss. Und wenn ich natürlich, sagen wir mal... ...eine halbe, dreiviertel Stunde lang gespielt habe... ...hier ohne gespeichert zu haben... ...dann... ...ist es unter Umständen sowas... ...so, dass es mich dann in diesem Moment, wenn ich erwischt werde... ...ein bisschen dezent... ...fickt, auf gut Deutsch gesagt... ...weil ich dann relativ viel Spielzeit einfach noch mal reinholen muss. Was unter Umständen auch da... ...beziehungsweise unter Umständen nicht... ...was unter anderem auch dazu geführt hat... ...hä? Ist ein spezieller Schlüssel hier benötigt? Nein, ich will doch das Spiel nicht. Ich will doch die Karte. Ach, hier brauche ich diesen... ...na toll. Ich brauche also den Schlüssel, den mir Onkelchen geklaut hat. Okay, ja, wer hätte das gedacht, ne? Dann müssen wir wohl wieder zurück. Also dieser Umstand, dass man... ...wie gesagt, nur manuell speichern kann... ...und, äh, wenn man... ...längere Zeit dann ohne zu speichern gespielt hat... ...und erwischt wird, wieder an den letzten Speicherpunkt zurückgesetzt wird... ...sämtlicher Fortschritt dementsprechend auch... ...das, ähm... ...ja... ...ja... ...also bis jetzt haben wir heute ja zumindest mal keinen nennenswerten Fortschritt gemacht. ...sollten wir uns natürlich überlegen, wie wir dann in der Situation vorgehen. Ich weiß nicht, ob... ...einfach nur wegrennen geil ist. Wir wissen jetzt aber auch... ...wir können jetzt hier einigermaßen, sag ich jetzt mal, gechillt rumlaufen. ...ohne uns Gedanken zu machen. So. Das haben wir ja gelesen vorher. Auch jetzt mache ich trotzdem alle Türen auf, obwohl ich da auch schon gewesen bin. Ich kann jetzt auch hier trotzdem nochmal einen genaueren Blick werfen, falls doch irgendetwas... ...nutzbar wäre. Aber ist egal, ist nicht der Fall. Das Bild da oben können wir nochmal lange und intensiv anstarren. In der Hoffnung, dass es mit uns spricht oder so. Nö, macht's nicht. Ich hab's aber auch nicht lange und intensiv angestarrt. So. Da ist ein Tablett, welches leer ist. Sonst ist hier nichts Interessantes. Hier wäre, wie gesagt, der Speicherraum. Den brauchen wir jetzt ja nicht. Sollten wir allerdings ohne Onkelchen jetzt zu begegnen, irgendwelche wichtigen Sachen hier finden. Irgendwelche Gegenstände in erster Linie. Dann wäre es natürlich ratsam, wieder speichern zu gehen. So. Also. Wir gehen jetzt... ...trotzdem mal nach hier. Okay, da war die Spieluhr. Die ist ja eher optional. Man kann, ich weiß nicht, ich glaube, 20 davon finden, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Mindestens eine habe ich aber schon nicht. Oder mindestens eine oder zwei. Noch ein Zettel. Siehst du, ich hab' ich vorher gar nicht gesehen, ne? Also. Gut, dass wir getötet wurden. So. Elisabeths Text für das Gegenlied. Sogan. Wie auch immer man das ausspricht. Kindlein, schlaf an meiner Brust. Hier ist warm, du bist geborgen. Von meinen Armen fest umschlossen. Mein Herz erfüllt von Mutterliebe. Nichts soll deinen Schlummer stören. Niemand wird dir bringen Pein. Schlaf ganz still, mein liebes Kind. Schlaf ganz süß an Mutters Brust. Das reimt sich auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das klingt doch nicht. Schlaf ganz still an heut'gem Abend. Ach, du Heilige. Schlaf ganz süß, du schönes Kind. Oh, wie sanft du gerade lächelst. Was hat wohl dein Herz erfreut? Sind's die Engel hoch im Himmel, die dir freudig lächeln zu? Lächelst du zurück im Schlafe, ruhig und still an meiner Brust. Keine Angst, es sind nur Blätter, die da tanzen vor der Tür. Keine Angst, es sind nur Wellen, die da murmeln vor der Bucht. Schlaf ganz fest, denn nichts ist hier, das nicht heut' was das dich heut' das Fürchten lehrt. Lächle still an meiner Brust, hoch hinauf zum Engelsreich. Jetzt weiß ich natürlich die Melodie dazu nicht oder so, ne, ist ja klar. Wahrscheinlich wurde sie mir im Spiel schon mehrmals vorgespielt oder man hat sie schon irgendwie gehört, aber ich fange jetzt natürlich nicht an, hier explizit irgendwie zu singen. Sind ja nicht bei Superstar hier. So, also, was haben wir gelernt? Wenn wir davor gehen, ne, wenn wir davor gehen, kommt dann Onkelchen, erst, wenn wir durch die... Ah, ja, 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 ja. Wenn wir... Moment. Ich muss jetzt trotzdem auch abblüfen. Also hier... Wir wollten da hin und dann kam er, glaube ich, da durch... Ne, da kam er nicht durch die Wand. Erst. Erst hier vorne links kam er durch die Wand. Das heißt, wir können eigentlich hier... Nach rechts, genau, da gehe ich auf alle Fälle noch hin, um zumindest mal die Information zu speichern, dass wir da diesen merkwürdigen, ich glaube, Phönix-Schlüssel... Da oben steht übrigens Mörder, ne? Nur, dass das mal vorgelesen wurde. Da. Genau, das ist jene Tür. Da wollen sie diesen Phönix-Schlüssel, Vogelschlüssel... Ich nehme an, es ist der Phönix-Schlüssel, der wird wohl so heißen. Haben wir nicht bei uns, wir haben den Kragenschlüssel und wir haben den Musik-Schlüssel aktuell. Jetzt kann es natürlich sein, bevor wir da vorne wieder links rumgehen können, kommt Onkelchen schon durch die Wand. In dem Fall werden wir halt versuchen, schnurstracks zum Speicherzimmer zurückzurennen und unseren Spielstand dort zu sichern. Das hier können wir wahrscheinlich erst später irgendwie benutzen, als Abkürzung, denke ich mal. Sind wir richtig? Ja, wir sind's. Da lang gehen wir jetzt nicht, ne? Wir speichern erst mal. Wo geht's denn da lang eigentlich? Genau, da geht's lang. So, da renne ich jetzt auch. Ich denke nicht, dass ich gehört werde. Ich will aber, dass es ein bisschen zügiger geht. Es scheint ja bei Onkelchen auch nichts zu bringen, wenn man Luft anhält oder sich ruhig verhält und versucht wegzuschleichen. Wenn der einen einmal gespottet hat, dann läuft der einem, glaube ich, nach. Allerdings scheint er nicht wirklich schnell zu sein. Das heißt, das könnte unsere Rettung sein, dass wir vielleicht unter Umständen relativ zügig wegrennen können, uns irgendwo in einem Raum verstecken und dann kann er uns vielleicht nicht mehr entdecken. wenn er ein bisschen Abstand von uns hat. Aber das wissen wir alles nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder gespeichert. Das heißt, wir sind zumindest mal, sollten wir jetzt erwischt werden. Nicht ganz so weit zurückgeworfen. Dann gehe ich jetzt nämlich mal hier oben lang. Beziehungsweise ich benutze mal jene Tür. Da müsste er aber eigentlich dahinter sein. Also wenn ich das, die Wand durch die er gekommen ist, ist ja eigentlich die Wand. Ja, da unten, also ich kann nach wie vor leider, das wäre ja auch noch so eine Sache, die hätten sie eigentlich mittels eines Updates oder eines Patches irgendwie regeln können, dass man auf der Karte hin und her scrollen kann. Also ich kann euch, ihr seht, wo ich stehe. Das ist der Pfeil. Darunter ist das schwarze Quadrat. Also das ist ein Raum, der offensichtlich nicht zugänglich ist oder irgendein leerer Raum. Und dieser hellgraue Raum, vor dem wir jetzt stehen, also mittelgrau, sage ich jetzt mal, nicht ganz so hellgrau, wie der Gang, in dem wir uns befinden. Ich schätze mal, in dem Raum ist Onkelchen. Weil er kommt ja auf der anderen Seite rechts von uns jetzt gesehen durch die Wand durch. Ich mache das jetzt einfach mal. In der Hoffnung. Okay, der ist hier nicht. Aber wenn ich das richtig, also ja. Also er müsste ja eigentlich, also wir schauen jetzt eigentlich genau in die Richtung, wo er durch die Wand stößt. Sage ich jetzt mal, ne? Aber er ist hier nicht drin. Er müsste eigentlich aus diesem Raum gekommen sein. Das heißt, das wird in dem Moment, wo ich da bin, erst getriggert. Der wartet nicht hier drin auf uns. Und durchbricht dann die Wand, sondern der ist dann halt einfach da. So. Hier ist jetzt aber nichts weiter in dem Raum. Leider. Ah, ich wäre schön. Das ganze Regal hier, hier besteht so viel Platz. Da hätte noch so viel Tonikum stehen können. Zehn Flaschen von mir aus. Mir ist scheißegal. Hauptsache Tonikum. Aber ist nicht der Fall. Nicht so schlimm. Jetzt hat mein Charakter, also der, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Evan, Adam, ach egal. Schon wieder ein bisschen Puls gehabt. Das merkt man am Controller. Ich weiß nur nicht, ob das generell ein Zeichen dafür ist, dass was in der Nähe ist. Oder ob das einfach nur von den random Geräuschen hier erzeugt wird, die ab und zu mal auftauchen. Da geradeaus rein weiß ich jetzt nicht. Ich gehe erstmal nach hinten durch den Gang. Und auch hier wird er wahrscheinlich irgendwo durch die Wand kommen. Vermutlich. Ich bin mal ganz leise. Ich versuche mal so leise wie möglich zu sein. Nichts. Allerdings ist hier, ah ja, da kommen, da kommen wir, also nicht da kommen wir her, da war dieser Schlüssel ursprünglich. Ich dachte eigentlich, hä, wie kommen wir denn hier her? Also irgendwie sind wir, irgendwie sind wir hier umgelandet. Im letzten Stream, beziehungsweise im letzten Video. Und, ähm, irgendwie bin ich da, da hingekommen. Wo bin ich denn da rausgekommen? Was soll ich mal rum? Ah, das müsste jeder Aufzug da vorne sein. Jaja, das war der Aufzug, natürlich. Der Aufzug, dann sind wir hier hergegangen, habe ich gedacht, oh, Schlüssel, geil, nehme ich, und dann war der Schlüssel weg. Das heißt, wir müssen jetzt halt irgendwie den Onkelchen abnehmen, wie auch immer das gehen soll. Auch dieser Raum kommt mir bekannt vor. War ich da schon? Der Vogel? Die Tür? Naja, natürlich kommt der mir bekannt vor. Bin ja da durchgekommen, auf dem Weg vom Aufzug daher. Aber trotzdem nicht schlecht. Ich prüfe einfach alles nochmal nach. Ist ja auch gut, wenn ich meinen Flugweg vorher nochmal irgendwie gesehen habe. Genau, da ist jener Aufzug. Hier sind Kerzen aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird hier, oder ist das der Aufzug? Irgendwas wird hier angebetet. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall diese Made of Scare-Geschichte. Ja, dieser Gesang, ja, die, den Gesang, den unsere Geliebte hier vollführen soll, was sie aber nicht will. Und was es auch für ein Wesen ist, dass sie da irgendwie von einer Seefahrt mitgebracht haben wollen, habe ich hier auch noch nicht gesehen. Bis jetzt nur in Textform beschrieben. Ich kann auf jeden Fall nicht genau sagen, was das für ein Vieh sein soll. Na gut. Telefon. Geradeaus. Da. Genau, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir haben eigentlich keine Wahl, außer jetzt eben uns von Onkelchen da quasi verfolgen zu lassen. Die Frage ist natürlich, wohin flüchten wir? Ich werde, nichtsdestotrotz, ich bin ja gerade in der Nähe, ich werde die Möglichkeit nutzen, nochmal zu speichern. auch wenn das jetzt vielleicht langweilig wirkt. Aber ich habe jetzt zumindest mal wieder einen kleinen Überblick erlangt. Über die Räumlichkeiten. So. Und jetzt ist es an dem, wie gesagt, jetzt gehe ich nach vorne, durch die Tür, dann links, da wird Onkelchen durch die Wand stoßen und dann muss ich einfach nur rennen. Ne? Genau da lang. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich dahinter flüchte, da ist eine Tür mit einem Schloss, eine Tür mit einem Schloss-Symbol, die werde ich eventuell nicht öffnen können, eventuell aber vielleicht doch mit einem Schlüssel, den ich bei mir trage. Ansonsten wäre da noch ein kleiner, äh, quadratischer Raum. Schauen wir mal. Okay, er kann doch rennen. Du kannst dich aber nicht ducken, oder? Oh, der ist doch verdammt schwer, der Typ, oder hat irgendwelche Betonlatschen an. Ich lasse den erstmal ein bisschen. Moment. Ja, mach mich tot. Egal. So ist der Leben. Eine Stunde später. Wilds Interactive, ich spiele nie wieder ein Spiel von euch. Ich spiele echt nie wieder ein Spiel von euch. Wie kann ein Mensch das geschafft haben, bitte? Ich habe jetzt schon auf Leicht umgestellt. Es ist überhaupt keine Änderung spürbar. Es ist null Änderung spürbar. Spürbar. Nicht spürbar. Äh. Ich werde jetzt eine mehr oder minder bekannte Videoplattform aktivieren. Und vielleicht gucken, ob ich da eine Lösung finde. Moment. Sollte ich da tatsächlich was ganz Offensichtliches übersehen haben? Auf diesem Tisch liegt eine Dokumentation. Ne. Also das habe ich wohl mal genommen. Also falls irgendjemand zuschauen sollte jetzt gerade, was ich gemerkt hätte, glaube ich. Ich gucke mir jetzt neben mir hier eine Lösung an, weil ich selber nicht weiß, was das Spiel von mir will. Wo ich hin muss, was ich tun soll. Ah ja, ja. Es ist purer hast dieses Spiel. Also. Also tatsächlich Vogelbart. Dann die beiden Glocken aktivieren. Und schon ist man, ich sage jetzt mal in einem Bereich, in dem man so normal nicht käme. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hier sollte jetzt was aufgehen. Zumindest mal. Hallo? Streaming-Status schlecht, naja auch gut. Mir doch egal. Ja gut, offensichtlich hat der Kerl sich irgendwo verrannt. Das soll mir recht sein. Das soll mir wirklich recht sein. Interessant wäre natürlich jetzt, wenn ich mal wieder einen Schritt weiter komme, dass die Streaming-Qualität dann schlecht ist. Jetzt mal ernsthaft. People of the Sun, was soll die Scheiße? Ich gucke mir ein Walkthrough an. Mache genau das, was in dem Walkthrough stattfindet. Und es ändert sich nichts bei mir. Es muss doch irgendwas anders werden. Hier, dieses Tor sollte jetzt aufgehen. Laut diesem Walkthrough. Jetzt? Achso. Muss ich das also richtig machen? Okay. Ja, wir nutzen die Gelegenheit. Wir sind ja jetzt ein Stück weiter. Es gibt hier wohl einen Speicherraum in der Nähe. Eben wie jeder. Da werden wir jetzt speichern. Und uns zugleich die Datei anhören. Und uns zugleich die Datei anhören. Die Platte hat einen Sprung, wa? Zumindest mal der Datenträger. Gut. Also, so weit, so gut. Sollte man das riechen können, dass nach Benutzung dieser zwei Glocken da eben halt ein Tor aufgeht? Wenn das natürlich sofort aufgegangen wäre, dann hätte ich das vorher schon gesehen. Aber man muss tatsächlich drei, vier, fünf Sekunden warten, bis das aufgeht. Es ist ja der Hammer. Hä? Ich speichere gleich nochmal. Ha! Einfach nur zur Sicherheit, dass es auch gespeichert hat. Dann gehe ich wieder raus. Dann ist ja hier gegenüber was. Das sieht allerdings wieder nach dem... Noch einem Schlüssel aus. Okay, ich brauche nach dem vorgeschnitten noch einen anderen Schlüssel. Schön ist es. Schön. So, großer Raum. Lass mich raten, hier ist ein Esstisch. Oder irgendwas. Wo bin ich denn eigentlich? Ah ja. Ja, zumindest sind wir jetzt hier mal ein Stück weiter. Das ist ja schon mal ganz gut. Da haben wir auch wieder was zum Trinken. Das ist auch sehr gut. Herr Greil. Nein! Sì. Wir müssen uns das doch schlafen. Das ist doch keine Läger. Das ist doch nicht einfach, wir nicht das doch nicht. Es ist doch nicht ein Teil. Das ist doch nicht wirklich. Wir müssen uns das doch nicht. Wir müssen die Gelder machen. Vielen Dank.